Hallo meine Lieben, heute kommt mal wieder eine Beilage und wer mir auf Instagram folgt, der weiß genau was jetzt kommt, denn da habe ich euch auch schon wieder den Mund wässrig gemacht von dem leckeren Lauch-Rahm-Gemüse. Und zwar habe ich jetzt schon ein bisschen was vorgearbeitet, denn ich habe das gerade schon gemacht und das war so lecker und jetzt mache ich es gleich ein zweites Mal mit Kamera und zwar habe ich jetzt schon drei Stangen Lauch in dünne Streifen geschnitten, haben kräftig gewaschen, habe die drei Stangen Lauch in feine Ringe in den Varoma gegeben, im Mixtopf habe ich 500 Gramm Wasser reingegeben und einen Teelöffel Alleswürzer und habe das Ganze jetzt schon mal 20 Minuten auf Varoma Stufe 1 weichdampf gegart. Ich schreibe euch aber selbstverständlich unter diesem Filmchen, wie bei allen anderen Filmchen auch, ganz genau das Rezept in Schriftform für euch. Das habe ich jetzt gemacht, die 20 Minuten sind jetzt abgelaufen und ich hole jetzt meinen Varoma runter und zeige euch jetzt ganz kurz noch schnell den Lauch, wie der jetzt aussieht. Also der ist jetzt ja natürlich geschrumpft, weil er jetzt schön weich ist und den stelle ich mir jetzt kurz zur Seite, denn jetzt machen wir gleich die Soße dazu. Im Mixtopf ist natürlich jetzt noch etwas Flüssigkeit, also der Rest von diesem 500 Gramm Wasser, was wir vorhin reingegeben haben zum Dampfgaren und der Teelöffel Alleswürzer und vom Lauch ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen was runter. Das lassen wir jetzt so drin, also so wie es ist und geben jetzt auch schon alle restlichen Zutaten dazu, bis auf die Milch, die kommt ganz am, äh die Sahne, die kommt ganz am Schluss dazu. Ich habe mir alles schon in meinen Messbecher reingegeben, ich habe es schon abgewogen, damit es schneller geht. Und zwar ist es jetzt eine Mischung aus Milch, Mehl, Butter, Schmand und noch Salz und Pfeffer. So, das geben wir jetzt direkt zu unserer Garflüssigkeit dazu. Das wird so eine leckere Soße, sage ich euch, aus so wenig Zutaten, aber richtig, richtig lecker. So, das haben wir jetzt drin. So, was dann noch ein bisschen nach oben gewandert ist, schieben wir auch nach unten und würzen tue ich das Ganze jetzt einfach nur mit Salz und Pfeffer. Abschmecken tun wir dann nachher ganz am Schluss, wenn es fertig ist, da kann es sein, dass ich noch vielleicht ein bisschen alles Würze dazu gebe und nochmal ein bisschen Salz und Pfeffer. Aber das schmecken wir nachher dann ab. Deckel drauf, Messbecherchen und jetzt wird das Ganze vier Minuten. Auf 90 Grad, Stufe 3 erwärmt, also drückt die Stufe 3, damit sich das jetzt richtig schön miteinander vermischt. Und wir haben ja auch Mehl mit dabei, dass das Ganze ein bisschen dicker wird. Und nach diesen vier Minuten kommt auch schon unser weicher Lauch dazu, noch ein bisschen Sahne und jetzt warten wir erst mal noch die dreieinhalb Minuten ab. Die vier Minuten sind nun um. Duften tut schon gut und wie ihr sehen könnt, ist das Ganze auch schon ein bisschen angedickt, also genau so wollen wir das haben. Und jetzt, das ist mir das Ding da weg, jetzt geben wir unseren vorgegarten Lauch mit dazu, also drei Stangen. Ach Leute, das wird lecker, das wird richtig schön cremig. So, das haben wir drin. Jetzt haben wir noch ein bisschen trügel. Dann drücken wir noch auf die Waage, denn jetzt kommen noch 100 Gramm Sahne dazu. Deckel drauf und jetzt wird das Ganze nochmals drei Minuten erwärmt. Drei Minuten, nochmal 90 Grad. Ganz wichtig, dass wir jetzt auch den Linkslauf aktivieren. Linkslauf aktiviert, damit uns der Lauch jetzt nicht zerschreddert wird. Und jetzt nehmen wir auch nur die Stufe 1, dass es sich jetzt einfach bloß schön miteinander vermischt und schön cremig wird. Dann fülle ich das Ganze um, dass ihr seht, wie das aussieht. Dann schmeckt man das Ganze noch ab zusammen, ob wir noch ein bisschen nachwürzen müssen. Mal schauen. Und dann wird lecker gegessen. Ja, 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 ich komme ja schon. Fertig ist es. Jetzt zeige ich es euch, wie schön cremig das Ganze ist. Fülle das jetzt einfach in eine Glasschüssel hinein, dann könnt ihr es, glaube ich, am besten sehen. Das ist so fein, sage ich euch. Ich fülle das jetzt gerade um. Schaut euch das einmal an, von der Konsistent her. Genau richtig. So, so lecker. Und das könnt ihr jetzt als Beilage hernehmen. Also ich werde wahrscheinlich jetzt heute, ja, ich denke, dass ich Naturschnitzel in der Pfanne anbrate. Einfach Schnitzel, schön würzt, Salz, Pfeffer, Paprika. Und das gibt es dann einfach als Beilage an Gemüse dazu, noch einen Salat und fertig. Jetzt probieren wir natürlich, ob wir noch nachwürzen müssen, ja oder nein. So geil. So geil hätte ich fast gesagt, Leute. Bisschen alles wird es ab, bissl Salz und Pfeffer und dann ist es wirklich. Meiner Meinung nach und meinem Geschmack nach. Perfekt. Nachwürzen kann man ja am Tisch selber dann auch noch. Jetzt rühren wir jetzt einfach. Und schaut euch mal an, wie cremig das Ganze ist. Ja. Mh, herrlich. So, jetzt wird nochmal probiert. Aber ich denke, jetzt wird es passen. Mega. Ich liebe ja so Rahmgemüse im Allgemeinen. Und das mit Lauch. Lecker. Macht es gerne nach. Wie gesagt, Rezept steht unten in der Infobox. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich könnte mir das wahnsinnig gut vorstellen, auch mit Rosenkohl. Das werde ich auf jeden Fall auch noch probieren. Genau so, nur mit Rosenkohl. Und Beilage, was ihr dazu esst, das lasse ich euch überlassen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, in diesem Sinne, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht es gut, bleibt mir gesund. Bis ganz, ganz bald. Eure Ruckzuck-Manu. Eure Ruckzuck-Manu. Bis zum nächsten Mal.